Herzlich Willkommen! Diese Animation erklärt das Prinzip eines Zweitaktmotors. Dazu betrachten wir den Motor von innen. Die wichtigsten Bauteile sind der Kolben, die Pleulstange, die Kurbelwelle, das Einlassventil, das Kurbelgehäuse, der Zylinder, der Zylinderkopf und die Zündkerze. Weitere Begriffe sind der Brennraum, der Auslasskanal und der Überströmkanal. Kommen wir nun zu Takt 1, dem Arbeitstakt. Der Kolben steht ganz oben. Der Brennraum ist mit einem Benzin-Luftgemisch gefüllt. Die Zündkerze entzündet durch einen Funken das Gemisch. Durch die Explosion wird der Kolben nach unten gedrückt. Dieser Druck wird über die Pleulstange auf die Kurbelwelle übertragen. Die Kurbelwelle dreht sich. Gleichzeitig geschieht im Kurbelgehäuse noch etwas anderes. Zurück zum Anfang. Der Kolben steht wieder oben. Unterhalb des Kolbens befindet sich ebenfalls ein Benzin-Luftgemisch. Dieses wird durch den Kolben nach unten gedrückt. Durch den entstehenden Druck wird das Einlassventil geschlossen. Das Volumen unterhalb des Kolbens verringert sich weiter. Das Gemisch kann nicht entweichen und wird dabei immer stärker zusammengedrückt. Takt 2 Ausspülen, befüllen und verdichten. Der Kolben steht fast unten und hat den Überströmkanal freigegeben. Das unter Druck stehende Benzin-Luftgemisch gelangt über den Überströmkanal in den Brennraum. Gleichzeitig drückt das neue Gemisch die Abgase durch den Auslasskanal und den Auspuff ins Freie. Diesen Vorgang nennt man Ausspülen. Durch den Schwung bewegt sich der Kolben wieder nach oben. Der Kolben verschließt den Überström und den Auslasskanal. Das neue Gemisch wird oberhalb des Kolbens verdichtet. Auch während dieses Taktes geschieht gleichzeitig etwas im Kurbelgehäuse. Zurück zum Anfang von Takt 2. Der Kolben steht jetzt unten. Durch die Aufwärtsbewegung vergrößert sich das Volumen unterhalb des Kolbens. Es entsteht ein Unterdruck. Dieser Unterdruck öffnet das Einlassventil. Das Kurbelgehäuse füllt sich erneut mit Gemisch. Steht der Kolben wieder oben, beginnt der gesamte Vorgang erneut. So funktioniert ein Zweitaktmotor. So funktioniert ein Zweitaktmotor. Den ôl der Kolben würde aufwärts collections sein. Zweite Profil, fab Grow,